hey leute und willkommen mal wieder zu einem abschluss video 2023 so ja das jahr ist einigermaßen okay verlaufen würde ich mal sagen und ja mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen tschüss nein so leicht dass ich euch nicht davon kommen ja also so viel gibt es auch jetzt nicht so zu erzählen muss ich ganz ehrlich sagen weil so viel ist dieses jahr auch nicht passiert arbeitstechnisch nach wie vor bin ich sehr gerade dieses jahr sehr eingespannt geworden weil wir ich habe es ja in den streams öfters mal gesagt wir haben neuen produktionsleiter und der ist halt der meinung nämlich dass die leute die halt mehr leisten müssen und obwohl das gar nicht funktioniert weil die leute einfach fehlen ja und deswegen nehme ich mir das auch immer irgendwie zu herzen wo ich dann eben halt dann auch keine lust habe youtube zu machen dazu sind ja auch dann dementsprechend die streams da um das halt ein bisschen auszugleichen damit ich halt ein bisschen was mache hat dieses jahr halbwegs gut geklappt muss ich sagen also streams technisch wir machen erstmal die reihe auf und zwar sagen wir mal also von den videos her die zockbox videos muss ich auch ganz ehrlich sagen die werden nach wie vor sehr gut geklickt und ich bin mit der zockbox auch sehr zufrieden die spiele die ich meistens doppelt habe die gebe ich dann an freunde weiter oder tausche die dementsprechend also ist das jetzt kein abbruch an dem format das wird weiterhin laufen ja was haben wir dieses jahr eigentlich noch geschafft an let's plays das ist hauptsächlich fable 2 was ich länger gezogen hat als mir eigentlich lieb war aber ich wollte zwischendurch nicht noch irgendwas anfangen darkwatch habe ich auch noch beendet vor ein paar tagen das wird nach und nach noch hochgeladen also die nächsten videos werden denke ich mir mal ab montag noch die restlichen kommen ab montag an und ja ja model combat deception läuft auch finde ich sehr gut muss ich sagen weil die videos werden ganz gut geklickt ich habe hier schon mal den ersten part mit 99 aufrufen und so weiter und so fort nur irgendwie haut das manchmal nicht hin mit den likes muss ich ganz ehrlich sagen aber das ist mir sind ja auch nur zahlen aber ich habe nach wie vor spaß dran so wie ich das mal erzählen was ja auch noch anfängt das habe ich auch in den let's plays gesagt ist nämlich dynasty warriors 4 habe ich auch schon in den ein oder anderen part aufgenommen weil die sind relativ schnell produziert und dauern auch nicht so lange zum hochladen ja das waren mal die videos gehen wir mal rüber zu den livestreams suche ich noch mal kurz raus ab wann haben muss hier haben muss ok gut fortnight nach wie vor wird weiterlaufen ich habe nach wie vor sehr viel spaß dran der kevin auch könnt ihr gerne mal seinen kanal schauen der ist wie gesagt in der kanalvorschlagsliste verlinkt auch alle anderen würden sich da die ich da verlinkt habe würden sich da über ein abo freuen ja dann haben wir resident evil 0 haben wir durchgespielt innerhalb von zwei parts muss ich sagen das war sehr gut anschließend haben wir resident evil 1 das haben wir ebenfalls durchgespielt ja final fantasy 12 wird auf jeden fall weiterlaufen ich muss halt gucken nächste woche habe ich spätschicht wie gesagt ich muss das erst sehen wie das immer mit der arbeitswoche zusammen läuft weil da kann ich jetzt pauschal jetzt auch noch nicht sagen wie das jetzt kommendes jahr noch weiterläuft ja resi 2 haben wir dieses jahr noch geschafft das remake dazu wo ich gleich dazu sagen resi 3 remake auch naja assassin's creed odyssey das wird auch noch weiterlaufen irgendwann haben wir noch ein projekt overwatch 2 kann ich gleich sagen das wird nicht weitergeführt weil activision blizzard hat das nämlich so kaputt gemacht das spiel und da bin ich und kevin nämlich einer meinung wir werden dieses spiel nicht mehr weiter spielen wir werden zwar hin und wieder mal als gag verwenden naja lass doch overwatch spielen das spiel werden wir nicht mehr weiter spielen weil das spiel ist so kaputt mittlerweile und das hat nichts damit zu tun dass wir das spiel einfach nicht können weil wir einfach so dumm sind ne das hat damit nichts zu tun das spiel ist einfach nur kaputt anders kann man es nicht sagen so crash bandicoat 1 haben wir durchgespielt von insane trilogy wann ich den zweiten teil machen werde weiß ich noch nicht weil kevin kommt da irgendwie nicht zu potte sag ich jetzt mal vielleicht werde ich dann auch demnächst sagen okay wir spielen zweiten teil ist eh mein lieblings teil ähm dass wir das halt weiter fortführen und die tode werden natürlich weiter schön äh zusammengerechnet und äh wir werden sehen wenn wir dann teil 3 beenden irgendwann ähm was wir da oder beziehungsweise was ich so für insgesamt für tode hatte weil es war ja auch nicht grad wenig muss man ganz ehrlich sagen call of duty äh ww2 ja wird auch eines der projekte sein was wir in nächsten stream dann halt auch abschließen werden kommendem jahr meligear solid 3 auf jeden fall wahrscheinlich auch im nächsten stream höchstwahrscheinlich dann im dritten stream weil wie kennt es ja die leute die es gespielt haben äh von den cutscenes her können das kann das wirklich sich in die länge ziehen aber das werde ich wahrscheinlich dann so machen dass ich das dann äh wahrscheinlich dann gucken werde wenn ich mal verlängertes wochenende habe oder urlaub habe oder weiß der geile wo ich ein verlängertes wochenende habe wo ich sagen kann ich schmeiß das spiel jetzt rein und wir spielen das jetzt zu ende ja ja das war es dann auch schon also streamtechnisch würde ich schon sagen haben wir wesentlich mehr geschafft dieses jahr ähm ja ähm wie gesagt youtube technisch war es äh war 2023 jetzt nicht so erfolgreich für mich ähm aber ich wage es auch zu bezweifeln dass sich das im kommenden jahr ändern wird ich hoffe es aber weil ich habe eigentlich schon sehr viel bock äh gerade die xbox classic spiele zu spielen und die aufzunehmen und hochzuladen für euch äh scheinbar für das ein oder andere projekt wird wahrscheinlich großes interesse äh äh geben ne ja äh äh was gibt es noch zu sagen eigentlich gar nichts weiter also äh äh ne das war es eigentlich also meine sammlung wächst äh wächst und gedeiht muss ich sagen äh heute sind noch die spiele eingetrudelt die ich mir noch bestellt habe darunter ist auch ein spiel was von einem zuschauer mal gewünscht worden ist aber das werde ich dann in den nächsten ähm na wenn ich meine neuheiten zeige wird das dann werde ich die spiele euch zeigen und äh ja was gibt es abschließend noch zu sagen ich hoffe natürlich ihr habt ebenfalls jetzt dieses jahr gut überstanden könnt ihr ja gerne mal schreiben was eure highlights dieses jahr wart um das halt ein bisschen positiv äh zu halten dieses video und nicht an die negativen dinge weil es ja auch wirklich sehr viel negatives passiert dieses jahr und äh lass es eher wenn in den kommentaren irgendjemand einen kommentar schreibt dann eher auf die positiven äh dinge äh äh ne teilhaben ähm ja was erwarte ich mir von 2024 nach wie vor äh dass ich weiterhin meine sammlung schön ne äh dass es immer mehr wird und äh äh ja mehr mehr habe ich jetzt eigentlich auch nicht was ich jetzt sagen muss äh was ich mir jetzt von 2024 natürlich äh ja dass es halt äh berufstechnisch auch wieder besser wird also dass es nicht mehr so stressig wird damit ich eben halt wie gesagt dann mich hier auch auf youtube konzentrieren kann wir jetzt nach wochenende mal ähm ja groß und ganzen ist wie gesagt nichts weiter geplant ähm ja dann äh möchte ich mich natürlich äh nach wie vor bei euch bedanken dass ihr weiterhin nach wie nach wie vor meine videos schaut meine videos äh liked und weiterhin treue abonnenten bleibt weil das macht mir umso mehr äh spaß und natürlich muss ich sagen ähm hoffe ich dass wir nächstes jahr wahrscheinlich ne ist jetzt auch kein muss aber es würde mich schon freuen wenn wir nächstes jahr die ähm 500 abo marke knacken würden weil dann würde ich mich auch hinreißen lassen weil äh 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 zu einem q&a wenn ihr euch irgendwelche fragen auf ne auf dem herzen liegen würde äh könnt ihr ja wie gesagt schon mal sammeln was ihr wissen wollt äh dann werde ich mir wie gesagt so gut wie es geht auf alle fragen dann eben halt auch antworten kommt dann natürlich auch immer auf die frage an ne ähm so im großen ganzen äh möchte ich mich auch noch bei den kevin bedanken den ihr aus den fortnite livestreams kennt ähm auch für diese tollen wochenenden die wir jedes mal in fortnite haben die immer so lustig sind natürlich auch an den joshi an den jason selbstverständlich an den astranop astralnopel der ja auch vor kurzem wieder angefangen hat äh youtube videos zu machen der würde sich liebend gern äh auf ein abo von euch freuen und dass er auch seine videos schaut weil der hat kurzzeitig aufgehört und der würde sich halt wie gesagt auch drüber freuen wenn ihr euch mal auf seinen kanal rein schauen würdet natürlich auch an den vesker muss ich sagen ähm wir kommen mit der wischen langsam voran aber wie gesagt das ist auch immer an meine arbeit geschuldet und wenn ich verlängert das wochenende habe werde ich mich mit dem vesker wieder hinsetzen und dann eben halt äh der wischen stream damit das irgendwann auch mal beendet wird vielleicht machen wir dann irgendwann mal teil 2 wer weiß oder vielleicht findet sich noch ein anderes projekt was ich mit ihm machen kann man weiß es halt noch nicht ne das ist alles zukunftsgedöns und äh ja ich bedanke mich wie gesagt noch mal herzlich bei euch für diese treue die ihr mir entgegenbringt und äh ja ich wünsche euch auf jeden fall einen guten rutsch ins neue jahr passt auf euch auf und äh ja dann sehen wir uns anfang 20 24 wieder in dem sinne leute haut rein und schau Vielen Dank